Ich kriege den Daumen hoch, es geht los. Erstmal frohes Neues zusammen. Willkommen im Europäischen Hanse-Museum, einmal mehr zu unserer Reihe Handel, Geld und Politik. Ich begrüße Sie im Namen der Forschungsstelle für die Geschichte der Hanse- und des Ostseeraums, die diese Reihe ausrichtet. Und ja, jetzt starten wir mit dem vierten dieser Staffel, wie man so schön sagt, und dem ersten im neuen Jahr eben frisch und fröhlich auch in unsere Vortragsreihe wieder. Heute darf ich Sie begrüßen zu einem, ich weiß es jetzt schon, sehr spannenden Vortrag von Frau Julia Brucht, den wir aus Köln eingeladen haben. Also quasi vorab schon ein großes Dankeschön an dich, weil unter aktuellen Gegebenheiten ist das ja nochmal was ganz anderes, wenn man zusagt, zu einem Vortrag zu kommen. Also schön, dass du in einem Stück hier bist. Ich habe aber allerdings auch von dir gehört, es ist ein bisschen einfacher, weil du aktuell in Hamburg tätig bist. Also nicht in der auch hansischen Schwesterstadt Köln, das wissen ja viele nicht, aber auch Köln war Hansestadt und eigentlich auch mehr oder minder lang, mehr oder minder enthusiastisch. Aber Hamburg, unsere Schwester, Dübecks Schwester als Hansestadt ist natürlich auch schön. Ich hoffe, du genießt die Zeit da. Ja, Frau Julia Bruch ist heute bei uns, vor allem zum Thema dann der Handwerkerinnen, zu dem sie aktuell forscht. Aber kurz ein kleiner Blick zurück, ich stelle ja immer ganz gerne kurz auch so ein bisschen den Werdegang unserer Referentinnen und Referenten vor. Und zwar hat Frau Bruch vor allem zuerst zur Klöster- und Ordensgeschichte und hier vor allem dann aber auch zum Rechnungswesen der Klöster gearbeitet. Auch ein ganz spannendes Thema, weil Klöster sind ja neben Städten, also fast noch wichtiger als Städte in vielerlei Hinsicht, weil sie eben eine Wirtschaftskraft für sich sind, auch wenn wir das manchmal ein bisschen vergessen. Hierhin gehört auch ihre Promotion, Studien zur Organisation und zum Wirtschaften spätmittelalterlicher Frauenklöster mit einer Edition eines Rechnungsbuches dann auch. Da ist also schon die Wirtschaftsgeschichte mit dabei. Inzwischen arbeitet Frau Bruch, wie gesagt, auch mehr dann zur vergleichenden Stadtgeschichte und eben auch zur Schriftlichkeit von Handwerkerinnen. Hierzu schreibt sie aktuell auch ihre Habilitationsschrift. Irgendwas habe ich gelesen mit in Vorbereitung zum Druck, in die Richtung gehen wir jetzt also. Also bald auch vielleicht für ihre Regale dann zu haben. Sammeln und Auswählen, Ordnen und Deuten, Geschichten, Schreibende, Handwerker und ihre Chroniken im 15. und 16. Jahrhundert. Handwerker, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, das ist uns Fans der mittelalterlichen Stadtgeschichte bekannt, sind einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil natürlich der städtischen Geschichte in ihren Gilden, in ihrer Organisation. Ja, ich glaube, mehr sage ich jetzt nicht. Wir sind ja da, um Frau Bruch zu hören. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag zu Harnisch und Glocken, Produktion und Handel mit hochwertigen Gütern. Danke für die nette Einführung und für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen über im Moment mein Lieblingsthema in den Reihen der Themen, die ich bespiele, und zwar zur Produktion von Gütern, die nicht alltäglich sind. Um ein Handwerk erfolgreich zu beherrschen, sind nicht nur Talent und entsprechende Fähigkeiten erforderlich, sondern auch eine solide Ausbildung. Das für die Ausübung des Handwerks erforderliche Wissen wird in der Regel in den Werkstätten vermittelt. So ist es auch noch heute. Lehrlinge lernen von Meistern und Gesellen, die das Handwerk bereits beherrschten. Die Lehrlinge lernen das Handwerk, indem sie ihren Meister und die Gesellen in der Werkstatt imitieren und der Meister und die Gesellen gleichzeitig korrigierend einwirken. Das auf diese Weise vermittelte Wissen ist meist verkörpertes und manchmal implizites Wissen, das nur schwer oder gar nicht aufgeschrieben werden kann. Handwerker sind gezwungen, dieses implizite und verkörperte Wissen je nach Schwierigkeitsgrad durch unzählige Wiederholungen der konkreten Tätigkeit zu erlernen, angeleitet und gegebenenfalls korrigiert von einem Meister seines Gewerbes direkt in der Werkstatt. Den unterschiedlichen Anforderungen an die Handwerker wurde durch unterschiedlich lange Ausbildungszeiten Rechnung getragen. Schriftlichkeit findet in der Vermittlung handwerklichen Wissens offenkundig keinen Platz und das ist für Historiker und Historikerinnen des Mittelalters ein Problem, weil wir nicht durch schriftliche Quellen in die Werkstätten schauen können. Aktuelle Forschungen zeigen allerdings, dass Handwerker und auch Handwerkerinnen im deutschsprachigen Raum im 15. und 16. Jahrhundert sehr wohl in der Lage gewesen wären, ihr Wissen um die Herstellung von Produkten und Dienstleistungen schriftlich niederzulegen. Handwerker durchliefen in der Regel die städtischen Schulen, lernten Lesen und Schreiben in der Volkssprache sowie Rechnen. Die Fähigkeiten, die Handwerker benötigt hätten, um ihr Können und Wissen niederzuschreiben, war gegeben. Warum schrieben Handwerker nicht darüber? Die erste Antwort ist simpel, es war nicht nötig. Das Wissen wurde über den Meister und den Schüler weitergegeben. Es handelt sich um praktisches Wissen, das in Schriftlichkeit ausgeführt keine Vorteile brachte. Dieser Narration stehlen allerdings zahlreich überlieferte Rezeptbücher, Werkmeisterbücher, Büchsenmeisterbücher gegenüber, die seit dem hohen Mittelalter, besonders aber seit dem 15. und 16. Jahrhundert überliefert sind. Erhalten sind vor allem Handbücher für das Baugewerbe, für Feuerwerk, Kriegsmaschinen, für Malerei und auch für Barbiere. In diesen Büchern wird handwerkliches Wissen vermittelt. In diesen Handbüchern wurde Wissen über personell und über weite Entfernungen zur Verfügung gestellt. Diese Handbücher wurden früh, spätestens im 16. Jahrhundert, gedruckt und so noch mal einer größeren Zahl von Menschen zugänglich gemacht. Diese gedruckten Rezept- und Musterbücher sind nun auch über das eigene Handwerk hinaus zugänglich. Es stellt sich die Frage, warum diese für eine kleine Gruppe wichtigen Handbücher, die spezifisches Wissen vermitteln sollten, überhaupt geschrieben oder gar gedruckt wurden. Und umgekehrt spielte das dort vermittelte Wissen überhaupt eine Rolle für die Wissensvermittlung innerhalb des Handwerks und die Anwendung und Weiterentwicklung der dort beschriebenen Technologien. Die Erforschung des Wissenstransfers im Handwerk und seiner Bedeutung für den Markt und die Weiterentwicklung von Technik und Innovation ist für den deutschsprachigen Raum bisher vernachlässigt worden. Und hier setzt meine Forschung an. Die behandelnden Fragen sind im Kontext der historischen Wissensverbreitung zu sehen. Es geht um die Bedeutung von Innovation, die Diffusion neuer Technologien und deren Einfluss auf die Marktentwicklung. Die Frage, der in diesem Vortrag nachgegangen werden soll, ist, warum Handwerker dazu übergingen, spezifisches technisches Wissen in Handschriften weiterzugeben. Das System braucht es nicht. In Innovation findet im direkten Austausch statt. Warum braucht es diese Schriften? Hilft die Verwendung des Konzepts Innovation, die Praktiken dieser Schriften zu verstehen? Hierfür stelle ich folgende Fragen. Welches Wissen wurde wem über schriftliche Quellen vermittelt? Wer schrieb die Bücher und für wen? Zusammenfassend wurde dieser Wissenstransfer für den überpersonellen Austausch, die Weiterentwicklung des eigenen Handwerks und die Förderung von Innovationen genutzt. Mein Vortrag, damit es ein bisschen konkreter wird, beruht auf zwei Fallstudien, die sich auf Quellen aus dem 16. Jahrhundert beziehen. Bevor ich zu den Fallstudien komme, möchte ich kurz die Quellengattung präsentieren und einordnen. Dabei handelt es sich um eine Quellenart, die eine kurze Einführung verdient, weil sie nicht so bekannt ist wie jetzt beispielsweise Urkunden oder Stadtrechte. In meine Analyse fließen sowohl historische als auch materialwissenschaftliche Untersuchungen mit ein. So untersuche ich die Kodizes, die Texte und die Abbildungen. Die Quellen wurden bisher für wirtschaftshistorische und handwerksgeschichtliche Fragestellungen eher vernachlässigt, weswegen hier erste Ergebnisse präsentiert werden, die hoffentlich weitere Forschung nach sich ziehen. Interessante Ergebnisse liefern allerdings bereits Studien aus dem Bereich der Kunst- und Architekturgeschichte, der Kostümgeschichte, der Militär- und Technikgeschichte sowie der Medizin- und Wissensgeschichte. Die Schriften, die Wissen von Handwerkern vermitteln, werden in verschiedene Quellengattungen unterteilt, deren Zuordnungskriterien sich allerdings überlappen. Meist werden die Quellen in Musters, Skizzen und Baumeisterbücher, Rezept- und Arzneibücher sowie Büchsenmeister- und Feuerwerksbücher unterteilt. So kann der um 1100 bis 1125 entstandene Text, der Diverses Artibus von Theophilus Presbiter, der verschiedene Techniken des mittelalterlichen Handwerks beschreibt, als ein sehr frühes Beispiel genannt werden. In diesem Text wird die Goldschmiedekunst, Buch- und Wandmalerei, Glastechnik und der Glockenguss beschrieben. Seit dem Hochmittelalter sind erst vereinzelt, dann verstärkt Schriften bekannt, die handwerkliches Wissen vermitteln. Das Wissen in diesen Schriften wird in textlicher und bildlicher Form vermittelt. In der Forschung wurden diese Handschriften mit handwerklich-technischem Inhalt als Handwerksbücher, etwas Skizzenbücherwandernder Handwerker oder Musterbücher für Bewerbungen interpretiert. Ein weiteres Beispiel für eine Schrift mit primär handwerklichem Wissen ist das um 1220, 1230 angefertigte Muster- oder Skizzenbuch von Villade Onikour. Die Skizzenbücher von Werk- und Baumeistern enthalten Informationen zu Grundrissen, Gewölben, Strebesystemen, aber auch zu Baukränen und mechanischen Sägen, wie jetzt im Beispiel hier gezeigt. Hinzu kommen seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts Schriften mit kriegshandwerklichem und taktischem Fokus. Zu den einflussreichsten im deutschsprachigen Bereich gehören Konrad Kiesers, Bellifortes, sowie die Schrift des sogenannten Hussitenkriegsingenieurs. Die handwerks-technischen Schriften des Spätmittelalters, zu denen diese kriegshandwerklichen Schriften gezählt werden können, bieten in der Regel eine Mischung aus ganz unterschiedlichen handwerklichen Wissensbereichen. Die Schriften setzen in Italien früher ein als im deutschsprachigen Bereich. Die bekanntesten können Sie auf der Folie lesen. Die italienischen Beispiele zeigen eine deutliche überlegene Beherrschung der Perspektive bei den Zeichnungen. Ich komme zu meinem ersten Fallbeispiel. Das sogenannte Stuttgarter Hanischmusterbuch ist Teil einer Sammelhandschrift, die heute in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart liegt. Darin enthalten ist das sogenannte Hanischmusterbuch und eine Teilabschrift des Dialogos des Augsburger Büchsenmeisters Samuel Zimmermann, einem bekannten und handschriftlich weit verbreiteten literarischen Lehrgespräch zwischen einem Büchsenmeister und einem Feuerwerker. Die Zusammenstellung erfolgte nachträglich, wann ist nicht zu klären. Das Musterbuch hat eine deutlich andere Papiergröße als der Dialogos, der aufgrund der Wasserzeichen auf dem Papier vorläufig auf die Zeit nach 1600 datiert wird. Wann die Sammelhandschrift zusammengebunden wurde, ist unklar. Der Einband ist nicht zeitgenössisch. Ich konzentriere mich in meiner Analyse auf das Hanischmusterbuch als Einfallbeispiel für Texte, die handwerkliches Wissen transportieren. Kriegshandwerkliches Wissen wird in der Handschrift durch 85 Zeichnungen und die Zeichnungen ergänzende Texte vermittelt. Geschrieben wurde das Manuskript vom Etzmaler Jörg T. Sorg. Der Schreiber bzw. Zeichner nennt sich nicht selbst. Die Zuordnung des Musterbuchs zu einem Etzmaler ergibt sich jedoch aus den Beschriftungen der Abbildungen. Zum Beispiel, Zitat, »Item, diesem Kyrus habe ich dem Matthäus Frauenpreis geätzt, gehört dem Don Caspar de Quinaich, 1549.« Die Zuordnung zum Etzmaler Jörg T. Sorg hatte Wendelin Böheim 1891 bereits vorgeschlagen. Die im Kodex gezeichneten Hanische sind zum Teil als Objekte überliefert. Und einige tragen nicht nur die Signatur des in der Handschrift zugeordneten Plattners, sondern auch die Signatur des Etzmalers Jörg T. Sorg. Außerdem ist das Familienwappen der Sorgs im Kodex mehrfach abgebildet. Sie sehen das Wappen auf der Folie. Die Zuordnung des Schreibers kann damit als sicher gelten. Jörg T. Sorgs Vater mit dem Namen Jörg Sorg, Sie sehen, die waren sehr kreativ in der Namensgebung, Jörg Sorg war Stadtmaler von Augsburg. Seine Mutter Katharina, eine Tochter Kolmann-Helmschmieds, einem bekannten Hanischmacher. Eine Verwandtschaft zum bekannten Brief- und Kartenmaler sowie Buchdrucker Anton Sorg wird angenommen. Jörg T. Sorg erlangte 1548 in Augsburg die Malergerechtigkeit, also das Recht, das Handwerk des Malers auszuüben, durch die Zunft verliehen. Auf dieses Jahr sind die frühesten Hanischzeichnungen datiert. Die Zeichnungen sind mit Jahreszahlen von 1548 bis 1563 versehen worden. Die Handschriften sind in den frühen 1560er Jahren angefertigt worden. Orthwin Gamba, der eine Edition des Hanischmusterbuchs angefertigt hat, weist auf eine Datierungsmöglichkeit hin, die ich Ihnen auch nicht enthalten möchte. Die ergibt sich aus folgendem Eintrag. Zitat Die Abbildung, die der Beschriftung voranging, ist demnach nach 1556 und vor 1564 gezeichnet worden. Unbekannt ist der direkte Adressat, die direkte Adressatin der Handschrift. Es ist ebenfalls unbekannt, wie die Handschrift in den Besitz des Herzogtums Württemberg kam. Sicherlich war die Handschrift aber an potenzielle Käufer von Hanischen adressiert, die durch den Kauf eines Hanisches in die exklusive Reihe der Käufer sich einkaufen konnten. In den Hof Zahlamtsrechnungen Kaiser Maximilians II. ist am 28. Mai 1564 folgendes eingetragen. Zitat Nicht zufällig ist eine solche Handschrift in Augsburg entstanden. Die Stadt galt im 16. Jahrhundert als führend für dieses Luxusprodukt, das seine kriegstechnische Funktion weitestgehend eingebüßt hatte und zum Prestigeobjekt geworden war und allenfalls nur für Turniere genutzt wurde. Die Blattnerei ist ein hochspezialisiertes Handwerk, das auf Erfahrung und umfassende Materialkenntnissen beruht. Der Hanisch musste passen, was eine Anpassung an den Körperbau des Trägers bedeutete. Die Gelenke mussten beweglich sein und je nach Funktion physischer Manipulationen statthalten. Außerdem sollte das Aussehen des Plattenhanischs der aktuellen Mode entsprechen. Vier bis sechs Handwerksmeister waren am Herstellungsprozess beteiligt. Plattner bearbeiteten die Schmiedearbeit, Polierer waren für Klettung und Begradigung zuständig, Gürtler für die Beriemung, Aufbereiter, auch Tapezierer genannt, für die seidene Innenfütterung. Optional waren Etzmaler und Vergolder zur Verzierung der Hanische eingebunden. Im Reich entwickelten sich die Plattner der Städte Augsburg, Innsbruck und Nürnberg zu den technologisch führenden, wobei die italienischen Handwerker in der Produktion des getriebenen Prunkhannis überlegen waren. Augsburg war auf luxuriöse Arbeiten spezialisiert, wohingegen Nürnberg auf die Massenproduktion setzte. Für den deutschen und spanischen Hof war es schicklich, in Augsburg produzieren zu lassen. Nach 1560 verlor Augsburg diese Vormachtstellung. König Philipp II. von Spanien wandte sich den Landshuter Plattner Werkstätten zu. Maximilian II. folgte allmählich. Zudem gewann Mailand wieder an Bedeutung. Und in dieser Zeit des Verlustes seiner Vormachtstellung entstand in Augsburg das Hanischmusterbuch, das die Blütezeit des ehemals exklusiven Hoflieferanten für Prunkrüstungen festschrieb oder zumindest festzuschreiben versuchte. Diese These kann durch die Analyse des Inhalts gestützt werden. In dem Manuskript werden alle wichtigen Augsburger Meister, mit denen der Etzmaler Jörg Tesorg zusammenarbeitete, ebenso aufgeführt wie die bedeutenden Auftraggeber, wobei im Mittelpunkt die Hanische stehen. Die Zeichnungen der Hanische sind gleichförmig in ihrer Anlage, was auf eine Schablone hinweist. Eine Vorzeichnung ist jedoch nicht sichtbar. Die Zeichnungen wurden durch bunte Aquarellmalerei ergänzt. Metallteile sind blau laviert bzw. schwarz ausgemalt, vergoldete Partien des grafischen Dekors gelb, Bodenstreifen sind in blau-grün gehalten. Die Wappen, Stechlanzen, Kostümteile und Muster der Kommandostäbe sind bunt. Kräftigere Übermalungen mit Deckfarben wurden wohl später erst angebracht. Das Hanisch-Musterbuch ist unvollständig. Die handschriftlichen Einträge sind in Zeichnungen nachgeordnet. Die Hanische zeigen, welchen Variantenreichtum die Augsburger Plattner in Kombination mit den anderen Gewerken herstellen konnten. Aber nicht nur die handwerkliche und künstliche Ausgestaltung wurden in der Handschrift deutlich. Auch das Wissen darum, wie umfangreich eine Rüstung war und welche Teile dazugehörten, wird darin aufgenommen. Schön geschriebene Zahlen in den Bodenstreifen der Seiten beziehen sich auf die Anzahl der Rüstungsteile. Die Anzahl der Rüstungsteile kann sich auf sechs belaufen, wenn der Hanisch lediglich aus Sturmhaube, Kragen, zwei Achseln, Brust samt Beintaschen und Rücken besteht oder aus zwölfteilen aus Sturmhaube, Kragen, Brust, Rücken, zwei Achseln, zwei Armzeug, zwei Handschuhe und zwei Sattelbleche. Oft standen mehrere Figurinen für eine Lieferung bzw. eine Bestellung, weswegen die Zahlen des Lieferumfangs entsprechend groß waren. So bestand beispielsweise die Bestellung für Ludwig Unknath von Weißen, Wolf, Freiherr von Sonneck aus 80 Teilen. Gamba geht davon aus, dass die Lieferzahlen für den Etzmaler wichtig waren, da sie als Nachweis für dessen Tätigkeit gedient hätten. Meines Erachtens ist das gewählte Aufschreibeverfahren in einer Kombination von Schrift und Bild zu aufwendig für ein reines Auftragsbuch. Das dort vermittelte Wissen bezieht sich nicht alleine auf die dem Etzmaler Bezahlung schuldigen Auftraggeber. Wäre es wirklich eine Art Auftragsbuch, würden darin auch die Kosten für die Arbeit stehen. Diese fehlen allerdings. Darüber hinaus werden die Plattner, mit denen Jörg Tesorg arbeitete, genannt. Dabei handelt es sich durchweg um Augsburger Handwerksmeister, deren Ruhm weit über die Stadtgrenzen bekannt waren und deren Arbeiten teilweise bis heute noch überliefert sind. Darunter sind Namen wie Matthäus Frauenpreis, Desiderius Helmschmidt, Hans Lutzenberger, Wolf Neumeyer, der Jüngere, Anton Pfeffenhauser, Konrad Richter, Wilhelm Seusenhofer, der Jüngere und Pankratz Weiß. Unter den Auftraggebern ist Maximilian II., da ist Gamba beizupflichten, als Schlüsselfigur zu sehen. Er selbst ist zwar nur einmal als Auftraggeber aufgelistet, aber sein engster Kreis erscheint ebenfalls dort. Ebenso sind die spanischen und italienischen Auftraggeber, die durch seine Ehefrau mit ihm verbunden waren, waren durch seine Ehefrau mit ihm verbunden und sie gehörten zu ihrem oder Philipps II. Hofstaat. Auftraggeber aus dem europäischen Adel sind ebenso zu finden wie bürgerliche aus Augsburg, letztere mit anderer Helmform. Die Auftraggeber werden in den Beischriften erwähnt und ihre Wappen werden prominent an die Seite der jeweiligen Figurine gestellt. In diesem Kodex wird auf mehreren Ebenen Wissen transportiert. Zum einen wird das Können vermittelt, mit dem Augsburger Hanischmacher in Kombination mit dem Etzer aufzuwarten hatten. Und zugleich zeigt der Augsburger Etzmaler Jörg Tessorg, der Schreiber und Maler des Manuskripts, was er kann. Die bebilderte Handschrift bietet die Möglichkeit für jeden, der Zugang hatte, einen Überblick darüber, was die Augsburger Hanischmacher produzieren konnten, welche Formen und Ausstattungen möglich und aktuell waren und wer sich für welche Form und für welches Dekor entschieden hatte. In der Handschrift werden also nicht nur Wissen über das Produkt und das Können der Handwerker vermittelt, sondern auch, welcher Handwerker welche Produkte herstellen konnte. Mit wem der Etzmaler zusammenarbeitete. Darüber hinaus wird deutlich, für wen Hanische angefertigt wurden und für wen eine besondere Hanischform und Verzierung geschaffen wurde. Somit, nach welchem Vorbild der eigene Hanisch angefertigt werden konnte. In wessen Schatten man sich selbst stellen konnte mit dem Erwerb des Hanisch. So zeigt sich, dass nicht nur die Produkte veranschaulicht wurden und in einem gewissen Sinne beworben wurden, sondern auch soziales Wissen transportiert wurde. Kommuniziert wurde die Einbindung in eine soziale Gruppe, in die der potenzielle Käufer sich durch den Kauf des Hanisch im neuesten Muster ebenfalls einreihen konnte. Doch warum wurde dieses Wissen überhaupt festgehalten? Sind darin nur soziale Informationen zu sehen oder lassen sich dahinter wirtschaftliche Interessen vermuten? Das Hanisch-Musterbuch kann als eine Art Bestellkatalog der Werbung für die Augsburger Hanischmacher und den Etzmaler machten gelesen werden. Der Zeitpunkt, zu dem das Manuskript entstanden ist, ist interessant und gibt Auskunft über die Causa Scribendi. Hier schrieb und zeichnete ein Vertreter des ehemaligen Marktführers eines Luxusprodukts. Das mit dem Manuskript vermittelte Wissen sollte weitere Auftraggeber werben und gegen Augsburgs Bedeutungsverlust angehen. Ich komme zu meinem zweiten Fallbeispiel. Das Manuskript des Glockengießers Christoph Sesselschreiber, das unter dem Titel von Glocken- und Stuckgießerei, Büchsenmeisterei, Pulververbereitung, Feuerwerk, Heb- und Brechzeug, Wasser- und Brunnenwerke, ein ganz kurzer Titel sozusagen, in der Bayerischen Staatsbibliothek in München liegt. Am Beispiel des Glockenguss, der ein hochkomplexes Handwerk darstellt, soll kurz das Problem rein mündlich vermittelten Wissens dargelegt werden. Im 15. und 16. Jahrhundert entwickelten sich einige Städte zu Zentren des Glockenguss, darunter Salzburg. Die Salzburger Glockengießer waren zum Teil so renommiert, dass sie überregionale Aufträge bekamen. Zu nennen ist beispielsweise Jörg Lopetscher. Ein Zinggießer in Salzburg. Er goss unter anderem die große Glocke für Wasserburg am Inn, die sogenannte Salzburgerin mit 4.500... Das dient dazu, in der Mitte des Vortrags noch mal alle zu wecken. Also diese Glocke kann heute noch gehört werden und gesehen werden und sie wiegt 4.500 Kilogramm. Hier zeigt sich das Problem der Wissensweitergabe exemplarisch. Jörg Lopetscher hatte keinen direkten Nachfolger. Seine Gießerei wurde mehrfach verkauft und keiner der späteren Inhaber kam an das frühere Niveau heran. Offenbar wurden Lopetschers Gipsmodel separat verkauft. Die Glocken aus der Gießerei seiner Nachfolger, insbesondere von Josef Erhard, einem Zingießer, waren weniger aufwendig verziert. Sie zeigen weniger Varianz in den Inschriften, die jedoch an denjenigen Klo-Pitchers angelegt waren. Auch die Konstruktion der Glockenrippen reichte nicht an diejenigen seines Vorgängers heran, was die musikalische Qualität beeinträchtigte. Außerdem sind gusstechnische Mängel bei seinen Glocken häufig zu finden, etwa raue Oberflächen und viele Gaseinschlüsse. Man kann also sicher behaupten, dass Josef Erhard technisch und künstlerisch nicht auf der Höhe seiner Zeit war, so folgert Josef Kahl. Doch zurück zu Sesselschreiber. Christoph Sesselschreiber war der Sohn des Münchner Malers, Gilg, die Kurzform für Egidius Sesselschreiber, der seit 1502 Hofmaler am Hof Maximilians I. war. Gilg Sesselschreiber wurde 1508 beauftragt, die Gussarbeiten zum Grabmal Maximilians in Innsbruck zu leiten. Gilg bekam die Leitung über die landesfürstliche Gusshütte in Mühlau bei Innsbruck. Mittel und Personal, darunter den Geschütz- und Glockengießer Peter Löffler. Die Expertise des Gießers war für Gilg sicherlich äußerst wichtig. Gilg war Maler und hatte keinerlei Erfahrung mit dem Guss. Unter seiner Leitung arbeiteten ein weiterer Maler, zwei Schnitzer, zwei Gießer, ein Ausbreiter und ein Schmied. Zugleich wurde der Nürnberger Rotschmied Stefan Goddel beauftragt, die kleineren heiligen Figuren herzustellen. Das Grabmal umfasst heute 28 von ursprünglich 40 geplanten, übergroßen Gussfiguren. Beim figürlichen Guss war in Gilgs Sesselschreibers Zeit, noch Pionierarbeit zu leisten. Und das erklärt so ein bisschen, warum jetzt ein Maler damit beauftragt wurde. Interessant ist, dass Gilg wohl mit Billigung des Kaisers die Arbeiten nicht nach Augsburg vergab, wo die Expertise im figürlichen Guss lag, sondern in der landesfürstlichen Gusshütte behielt. Nach dem erfolgreichen Guss der ersten Figur, das war Johann von Portugal, im Jahr 1508, gab der Gießer Löffler auf. Daraufhin schleppten sich die Arbeiten hin. Gilg musste sich des Öfteren rechtfertigen, bat um Aufschub und Erhöhung der Bezahlung. Der Kaiser begutachtete die bereits fertigen Gussteile und war damit sehr unzufrieden. Gilg musste schließlich fliehen, nachdem er seine letzte Frist zur Fertigstellung der Figuren nicht einhalten konnte und wurde 1516 in Augsburg verhaftet. Gilgs Sohn Christoph Sesselschreiber und sein Schwiegerssohn Sebastian Häuser, die ebenfalls in der Gusshütte gearbeitet hatten, versprachen die Fertigstellung der nach ausstehenden Teile in kürzerer Frist. Auch Gilg erhielt noch einmal einen Aufschub. Die Versprechen konnten allerdings nicht eingehalten werden. Alle drei wurden 1518 entlassen. Stefan Godel übernahm die Leitung der Gusswerkstatt. Gilg starb nach 1520. Es ist anzunehmen, dass Gilg Sesselschreiber Zeichnungen, die als Grundlage für die Gussfiguren dienten, angefertigt hat, ähnlich den auf der Folie abgebildeten Zeichnungen des Malers Jörg Kölderer. Die Idee, dass das Wissen um handwerkliche Arbeiten, in dem Fall um Bronzegüsse, auf Papier festgeschrieben und gezeichnet werden konnte, war Christoph folglich nicht neu. Christoph Sesselschreiber hatte außerdem offenbar in der von seinem Vater geleiteten Gusshütte genügend Kenntnisse über den Bronzeguss erhalten, um eine eigene Gusswerkstatt zu eröffnen. So goss er 1519 die Glocke, Bierglocke genannt, des Salzburger Rathauses und 1521 die Glocke für Arnsdorf, ebenfalls in Salzburg. Die hat die Inschrift, mit Maria Hilf war ich geflossen, Christoph Sesselschreiber zu Salzburg hat mich gegossen. Arno Domine 1521. Christoph war vermutlich zwischen 1518 und 1521 in Salzburg tätig. Danach ging er nach München. Es ist nicht klar, ob er ein festes Dienstverhältnis mit dem Herzog von Bayern hatte. Die Hofrechnungen sind nur sporadisch überliefert und die Steuerbücher führen 1525 und 1626 einen Maler mit dem Namen Christoph, aber ohne Nachnamen. Es Reisen nach Bayern, Österreich, Salzburg und Innsbruck sind belegt. Es ist jedoch unklar, ob Sesselschreiber einen festen Ort hatte, an dem er die Auftragsarbeiten ausführte oder ob er als reißender Büchsenmacher einzuschätzen ist. 1524 verfasste Christoph das hier untersuchte Buch, das im Besitz Herzog Wilhelms IV. war, was eine handschriftliche Notiz seines Bruders, Herzog Ludwig X. belegt. Auf dem Rückendeckel des Kodex war zu lesen, Zitat Bruder, Herzog Wilhelm, wieder zuzustellen. Aktum, den 14. Tag, Jänner, anno 1542. Zitat Ende. Die Zuordnung des Manuskripts zu Sesselschreiber ist recht simpel. Er nennt sich mehrfach selbst in der Handschrift und das fast auf jeder Seite. Sie sehen Beispiele auf der Folie. Das Manuskript besteht aus 158 Blättern in Quadformat. Eingebunden sind die Blätter in ein Koperteinband mit Binderiemchen. Das ist schwarz-weiß, weil heute leider die Binderiemchen nicht mehr vorhanden sind im Archiv. Auf dem Pergamentrücken wurde von einer Hand der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts geschrieben, Christoph Sesselschreiber von Glocken und Stuckgießerei, Feuerwerk und andere mehr 1524. An der Innenseite des Vordereinbands ist ein Ex Libris mit dem Kupferstich des Kurbayerischen Wappens geklebt. Bereits Wendelin Böhal machte auf den roten Stempel der Bibliothek National Paris auf Folio 1 Recto aufmerksam, der allerdings gestrichen wurde. Dennoch weist der Stempel darauf hin, dass die Handschrift zeitweilig in Paris war. Darüber befindet sich der Stempel der Münchner Bibliothek. Sesselschreiber nutzte zur Vermittlung seines Wissens sowohl Texte als auch Zeichnungen. Auffällig ist, dass er bei seiner Schrift zwischen der üblichen Korrentschrift und einer Lapedarschrift, die mit kleineren Figuren, Eicheln, Sternen, Schellen usw. angereichert ist, wechselt. Die Buchstaben S und N sind durchweg spiegelverkehrt. Die Abbildungen sind in Aquarelltechnik angefertigt worden. Nach Beheim zwar, Zitat, unbeholfen und inkorrekt, doch zuweilen anschaulich und meist verständlich, Zitat Ende. Als Vorlagen für die technischen Zeichnungen nimmt Otto Hartig, der das Manuskript untersucht hat, Robertus Valturius, der Re Militari oder den deutschen Vegetius an, beides gedruckte Werke. Für die Taucherfiguren, den Anonymous des Hussitenkriegs. Letzterer war, so vermute Tartig, am herzoglichen Hof für Sesselschreiber einsehbar. Ähnlichkeiten zwischen den Abbildungen aus den beiden Handschriften sind unverkennbar. Die Abhängigkeit kann dennoch nicht ganz nachgewiesen werden, weil die Abbildungen im Anonymous des Hussitenkriegs oder dem Hussitenkriegsingenieurs stammen zu einem großen Teil aus Konrad Kiesers Bellifortes und das ist ein Bestseller. Also die einzelnen Stufen der Vermittlung dieses Wissens sind noch nicht systematisch erforscht worden. Ich zeige jetzt ein paar Bilder, die die beiden Manuskripte nebeneinander stellt. Und hier ist einmal der Bellifortes nebendran gelegt. Rainer Leng, der aus militärhistorischer Sicht die Handschriften untersucht hat, vermutet, dass Sesselschreiber über den Nürnberger Gießer Büchsenmeisterbücher aus dem Umfeld des Johannes Formschneider kennengelernt hatte. Dazu kamen Informationen aus dem Hussitenkriegsingenieur und aus dem Bellifortes und aus dem Feuerwerkbuch von 1420. Damit nennt Leng allerdings auch fast alle bekannten Handschriften. Das ist eine Verlegenheitslösung. Eine umfangreiche Erforschung der Vorlagen steht noch aus. Ebenso müssten die italienischen Vorbilder in Betracht gezogen werden. Das Buch an sich kann in mehrere Teile unterteilt werden, wie bereits der in der Bibliothek erhaltene Titel deutlich zeigt. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Gießerei von Glocken. Beschrieben werden Gießplätze, Gießwerkzeuge, es ist ein Querschnitt einer Glocke, eingezeichnet außer den Tabellen mit Wandstärken. Das Wissen wird sowohl im Bild, durch die Zeichnungen als auch als Text vermittelt. Zum Teil der Gießerei gehört auch die Stückgießerei. Dort wird die Herstellung von Geschützen, Rohren und Kugeln behandelt. Der nächste Teil beschreibt die Bedienung der Geschütze unter Verwendung von Hilfsmitteln, wie etwa der Setzwaage. Besonders bedeutsam sind die sogenannten Lafetten, also diese Gestelle für Kanonen, die auch einen bedeutenden Platz im Manuskript einnehmen. Als nächstes findet sich ein Teil zu Techniken zur Berechnung von Flughöhen und Weiten, sowie die notwendigen Instrumente. In der darauf folgenden Passage zeichnete Sesselschreiber zum Teil sehr komplexe Hebe- und Kranvorrichtungen, die ein Glocken- und Stückgießer dringend für seine Arbeit brauchte, um Glocken und Geschütze zu transportieren oder Glocken in Türme anzubringen. Der Glockenguss im 15. Jahrhundert war nämlich so weit, dass musikalisch hervorragende Glocken gegossen werden konnten, die auch sehr groß sein konnten. Sie erinnern sich an die Salzburgerin mit ihren 4.500 Kilogramm. Und die wurden dennoch in die Türme hinaufgebracht. In diesem Teil des Kodex wird das Wissen nicht nur auf textueller und bildlicher, sondern auch auf haptischer Ebene vermittelt. Sesselschreiber stellt komplexe Flaschenzüge unter Zuhilfenahme von Schnüren dar. Statt Seile zu malen, fädelt er Schnüre durch den Kodex. Die beiden folgenden Teile bestehen aus Rezepten für Pulver und militärisches und ziviles Feuerwerk, Brechzeug und eben die Taucher, die ich Ihnen schon gezeigt habe. Unabhängig ist der letzte Teil der Handschrift, der Wissen über den Bau von Wasserbereitern und Badestuben, Wasserwerke für Brunnen sowie gegossene Schmuckbrunnen enthält. Die ständig wiederkehrenden Wappen der Auftraggeber, die ebenfalls einer genaueren Analyse noch harren, deuten nicht etwa auf Gönner des Manuskriptes hin, sondern geben Auskunft über die von Sesselschreiber angefertigten Produkte. Was das Manuskript in deutliche Verwandtschaft zu dem Stuttgarter Hanisch-Musterbuch bringt. Diese Teile seien nach Längen als Memorialbuch zu lesen, über die von ihm gegossenen Stücke, Glocken und Brunnen aus der Tradition der älteren Musterbücher. Meines Erachtens greift die Interpretation als Memorial zu kurz. Die Nähe zum Stuttgarter Hanisch-Musterbuch zeigt doch vielmehr, dass hier auch Wissen für potenzielle zukünftige Arbeitgeber gespeichert wird. Sesselschreiber kann so ein Repertoire zeigen und sich andingen. Er beschreibt nicht nur, was er theoretisch anfertigen kann, sondern was er tatsächlich bereits produziert hat. So sind beispielsweise zwei Brunnenzeichnungen mit Orten versehen. Bei der Zeichnung zu einem Brunnen mit Loreley steht geschrieben, steht auf der Matzen und ein Brunnen mit Freisinger Wappen ist mit der Beischrift versehen, steht in Freising. Das Buch ist insbesondere für den Brunnen- und Glockenguss interessant. Vorsesselschreiber schrieb das letzte Mal Theophilus Presbiter darüber und das im 12. Jahrhundert. Besonders die detaillierten Berechnungen zur Glockenrippe und das neue Schablonierverfahren mit senkrechter Achse sind hervorzuheben. Durch dieses neue Hebeverfahren können die tonnenschwere Produkte einfacher in die Gussgrube gehievt werden. Das Verfahren findet bis heute Verwendung. Die Fallbeispiele, die durch viele weitere ergänzt werden könnten, zeigen, dass Handwerker Meister ihres Fachs Wissen in Manuskripten vermittelten. Sie vermittelten das Wissen schriftlich, bildlich und teilweise haptisch. Sie adressieren das Wissen unter anderem an die Handwerker des eigenen Handwerks, die die Schriften zum Teil rezipierten und in eigenen Schriften kompilierten. Vermittelt werden aktuelle Moden und Innovationen. Das Know-how, wie die Produkte herzustellen seien, vermitteln die Schriften jedoch nicht. Die Vermittlung dieses Wissens verbleibt in der Werkstatt. Das Wissen wird zwar schriftlich vermittelt, aber für die handwerkliche Ausbildung ändert sich im Prinzip nichts. Diese bleibt praktisch und mündlich bis heute. Die Konstruktionszeichnungen und Rezeptsammlungen zeigen zwar das Mögliche und Denkbare, aber sie vermitteln nicht das Wissen darum, wie die Produkte hergestellt werden konnten. So lässt sich auch vermeintlich fehlendes Wissen erklären, das Reinhold Reit als Leerstellen bezeichnet, das mit eigenem in den Werkstätten erlangtem Wissen gefüllt werden muss. Ein Plattner erkennt aber aus dem Stuttgarter Hanischmusterbuch sehr wohl, wie viele Teile ein Hanisch hat und welche Teile im Moment für welche Rüstung genutzt wurde und wie die Rüstung geschnitten sind. Der Erzmaler erkennt die Muster, die in Mode sind. Ein Glockengießer kann die Maße lesen und damit etwas anfangen und die Balkenkonstruktion für das eigene Hebezeug nachbauen. Zur besseren Anschauung sind die Schnüre für die Flaschenzüge beispielhaft ins Manuskript eingeflochten. Ein Ungelernter kann damit nichts anfangen. Heute sind Konstruktionszeichnungen zwar normiert und viel komplexer, aber auch hier gilt, der Laie kann damit nichts anfangen. Zugleich kann ein potenzieller Auftraggeber auf die Produkte aufmerksam gemacht werden. Es handelt sich hierbei nicht um Auslageware, die erst angefertigt und dann verkauft wurde. Es handelt sich sicherlich nicht zufällig bei all diesen Produkten um teure Auftragsware. Der Erzmaler gibt zusätzlich noch Arbeitsproben ab, indem er seine Muster in die Zeichnungen einfügt. Die Wappen und Namen in den Manuskripten verweisen darauf, dass einzelne Produkte bereits angefertigt und erprobt worden sind. Der Auftraggeber kann sich durch den Kauf zudem in eine Reihe von prestigeträchtigen früheren Kunden stellen. So funktioniert Werbung noch heute. Man denke an die britischen Hoflieferanten. Das Wissen, das vermittelt wurde, ist vielschichtig. Zum handwerklichen Wissen kommt soziales und kulturelles Wissen. Das Handwerker über Manuskripte konservierten. Aber es handelt sich dabei nicht um das alltägliche Können, das nicht über Bücher vermittelt werden kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank, liebe Julia, für den Vortrag. Sehr spannend. Wir haben jetzt wie immer Zeit für Fragen. Ich arbeite mich mal hier nach vorne und schaue mal, ob es welche gibt. Ich selber hätte so fünf bis 50. Aktuell wird noch der Kopf sortiert, dann werde ich mal eine los. Also zum einen interessante Beobachtung finde ich, ich weiß nicht inwiefern du auch darüber nachgedacht hast, dass ja heute auch dieses Dokumentieren von Handwerkswissen wieder eine große Diskussion ist. Mit Videos etwas einfacher, am Ende dann trotzdem immer noch das gleiche Problem. Die EU hat ja aktuell die ein oder andere Initiative, um Handwerkswissen zu dokumentieren, weil alte Handwerker aussterben. Das heißt, das Problem im Mittelalter wie heute mag am Ende dann doch ähnlicher sein, als man meinen möchte. Ja, weil die Interaktion fehlt. Also ich kann so viel aufschreiben, wie ich möchte. In der Werkstatt ist jemand, der mir sagt, habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht. Ja. Das ist letzten Endes scheinbar wirklich unerlässlich. Aber jetzt, wo ist denn jetzt die Frage, die mir am liebsten war? Also ich finde es ganz spannend, gerade diesen Werbungsaspekt. Genau, du hattest vorhin Augsburger Beschauzeichen genannt bei den Harnischmachern. Was haben die denn da für eine Rolle, die Stadt Augsburg? Die Stadt Augsburg hat nochmal ein abschließendes Beschauzeichen, also ein übergeordnetes, aber die einzelnen Handwerksmeister setzen immer ihr eigenes Zeichen noch drauf. Das bedeutet für uns, also die Rüstung, die ich gezeigt habe, stehen wie auch immer in Wien in der Rüstkammer und da können wir genau sehen, was aus Augsburg kommt und welche Handwerker involviert waren in die Anfertigung. Und das ist eine Art, nicht eine Art, sondern das ist ein Zeichen der Qualität. Da setze ich mein Zeichen drauf und das hat bestimmte Prüfstationen durchlebt, vor allem wenn das große Augsburger Beschauzeichen dann noch drauf ist. Und für uns ist es halt total gut, weil wir sagen können, ja, kommt aus Augsburg, ist total eindeutig. Wir sind dann immer sehr dankbar als Historiker, Historikerin. Ist es bei Textilien tatsächlich sehr ähnlich, darum interessiert mich das dann wiederum sehr. Inzwischen andere Fragen, Ah, ich laufe mal, dann hört man das nämlich bitte. Ja, erstmal ganz vielen Dank für den Vortrag. Toll, hat Spaß gemacht zuzuhören und auch vor allen Dingen zu sehen. Die beiden Beispiele, die Sie angeführt haben, unterscheiden sich ja doch erheblich. Das erste, dieses württembergische Stück, ist ganz fein in der Arbeit. Und das andere ja doch, Sie haben von diesem Zitat gesprochen, unbeholfen. So ein bisschen trägt es ja doch eine sehr individuelle Handschrift, will ich mal sagen. Also deutlich unterschiedlich. Deshalb meine Frage nochmal nach der Reichweite, nach der Zielrichtung sozusagen. Vielleicht kann man das sagen, auch über die Überlieferung, wenn nochmal andere Exemplare irgendwie aufgetaucht sind oder so. Und deshalb dieses noch ein bisschen Apodiktische, was Sie immer sagen, das ist keine Anleitung zum Nachmachen sozusagen. Weiß ich nicht. Vielleicht ja doch, weil die, gerade bei dem zweiten Exemplar, ist ja die Veranschaulichung sozusagen von Tätigkeit durchaus zu sehen, bis hin zu diesen lustigen Schnüren, die da so eingebaut sind, anstelle einer zeichnerischen Umsetzung. Also schon deutlich und unterschiedlich. Also für wen ist das gemacht? Gerade weil auch bei dem ersten Exemplar, das ja entspricht dem Realien, also dem realen Harnisch sozusagen, da gibt es ja eine Parallelität. Das hat ja fast was Katalogartiges, wie wir das so kennen, auch aus der Dokumentation von Realien sozusagen, von Kunstgegenständen. Also für wen ist das gemacht oder wo findet sich das wieder? Ja, danke für die Frage, die ist sehr, sehr zentral. Ich finde, das Erste, was man darauf antworten kann, ist, dass der Künstler des Harnisch-Musterbuchs einfach auch ein ausgebildeter Zeichner ist. Also der hat ein ganz anderes Können als der Glockengießer, der in der Gusswerkstatt ausgebildet worden ist. Sein Vater war zwar Maler, aber das hat ja für ihn jetzt erstmal nicht so die Konsequenz, dass er, also man sieht es ja, dass er, der war kein ausgebildeter Maler. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich gar nicht so sehr glaube, dass dieses Buch zum Glockenguss nicht in der Werkstatt verwendet werden könnte, weil Sie haben es selbst gesagt, dass das sehr deutlich gemacht wurde oder auch hier, wie so eine Anlage von so einem Badehaus auszusehen hat. Also da wird schon technisches Wissen vermittelt, vermittelt, das über das andere hinausgeht. Mein Anliegen ist nur zu sagen, dass es nicht für den Laien geschrieben worden ist, sondern für jemand, der, also ich habe das Buch meinem Vater gezeigt, der ist Schlosser, der sagt, ja klar, den Flaschenzug kann ich nachbauen, das sieht man mit den Schnüren und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren würde. Aber deswegen glaube ich in dem technischen Bereich, dass dieses zweite Beispiel viel mehr im technischen Bereich verankert ist. und das zeigt sich auch daran, dass der Wissen aus anderen Büchern, die auch in diesem Bereich zu verorten sind, rezipiert, weiterbaut. Also wir haben bei diesen Hebewerkzeugen, da steht auf der einen Seite drüber, das ist der alte Weg, also so wurde es früher gemacht und das ist der neue Weg. Ich schlage euch jetzt vor, wie man das neu macht. Deshalb auch das Konzept von Innovation, das auch in diesen Büchern vermittelt wird. Lustigerweise ist halt genau dieses zweite Beispiel in den Händen der Herzöge und zwar direkt nachdem das quasi entstanden ist. Das bedeutet, von der Provenienzforschung her gedacht, ist dieses Buch an den wahrscheinlich Arbeitgeber gelangt. Jetzt kann man vielleicht argumentieren, dass der sagte, ja schaut mal an, das hat mein früherer Meister mir gemacht, ich hätte gern sowas ähnliches, also dass es in diesem Bereich so weiter funktioniert, aber dafür haben wir keinerlei Hinweise, es gibt auch keine Nachnutzungsspuren, leider. Und bei dem anderen ist es eher so, dass das für den höfischen Bereich angefertigt worden ist und dort auch verblieb. Aber es wurde mit dem Dialogos von Samuel Zimmermann zusammengebunden, der nicht unbedingt im höfischen Bereich zu verorten ist. Also es ist ganz schwierig, über diese Erhaltungsgeschichte da näher ranzukommen. Ich glaube, dass man ein Stück weit näher rankommt, wenn man noch mehr dieser Handschriften untersucht und zwar nicht nur sagt, ja das ist im höfischen Bereich und wird immer wieder gezeigt, sondern auch sich anschaut, können denn Handwerker damit was anfangen und ist es, welches Wissen wird da vermittelt. Aber wie gesagt, ich stehe am Anfang, das sind jetzt die ersten beiden Manuskripte, die ich ausgewertet habe. Weitere Fragen? Ich schaue in die Runde. Ich werde noch eine los dann, wenn ich schon die Gelegenheit habe. Zwischendurch sprang so in meinem Kopf heute Innovation, Patentrecht, dass man ja auch gewisse Dinge schützt. Ich finde das ganz spannend, dieses Zusammenschreiben aus verschiedenen Büchern und diese scheinbare Sorglosigkeit um dann Weitergabe von Innovation, was ja eben heute im Gegensatz dazu geschützt wird. Gibt es denn da eine Diskussion drum? Also ist die dir bekannt? Und das, ich möchte noch eins oben draufsetzen, das ist kriegstechnisches Wissen. Also jetzt nicht das mit den Brunnen, sondern also wie ich ein Geschütz gieße und wenn ich ein besseres Geschütz habe als mein Gegner, bin ich klar im Vorteil. Und das wird diskutiert auch in der Forschung. Das Problem ist, dass sehr häufig in diesen Büchern steht, dass das geheimes Wissen darf nicht weitergegeben werden und dann kommt es in den Buchdruck. Und da steht genau das. Und was andere, also um es weiter zu verbreiten, kann man sich auch wirklich nichts anderes vorstellen. Das bedeutet, dass irgendwie diese Weitergabe von Wissen innerhalb des Handwerks nicht so sehr problematisch gesehen wurde. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wir stellen uns das so vor, dass diese Handwerke, die sind vor Ort, der ist in München und gießt das. Wahrscheinlich ist das gar nicht so, sondern er reist von Ort zu Ort und bietet seine Dienste an oder wird von jemand anderes angefragt und dann braucht er Handwerker, die vor Ort, die mithelfen. Und schon dadurch wird ja Wissen weitergegeben. Und in diesem Buch von Christoph Sesselschreiber ist beispielsweise auch eine riesige Kanone abgebildet und da steht drin, dass es die englische Kanone so und so und das ist die größte im Moment und die wichtigste und die wird so und so hergestellt. Also das Wissen geht weiter, das ist das, was wir sehen können und offenbar ohne Probleme. Spannend. Ja, ich habe hier einen Kommentar zu dem letzten, was Sie gesagt haben. Also ich sehe hier große Parallelen zu dem, was man heutzutage White Paper nennt. Da schreibt man bewusst als Unternehmung, letztendlich zum Anfixen, aber die können relativ groß sein, fast halbgröße Hefte, aber letztendlich der Kunde kann alleine damit nichts anfangen. Er wird ganz einfach nur angefixt. Ja. Und ich sehe auch einen zweiten Parallel aus der gleichen Zeit ungefähr. Es gibt ja viele Fechtbücher auch aus der Zeit, ja, die sehe ich enorme Parallelen, aber dort sind ja tatsächlich auch die Hiebe und so weiter ganz genau beschrieben. Nur ich weiß es auch, das ist ein enormes Studium heutzutage aus diesen Büchern irgendwas Sinnvolles rauszuholen. Ja. Also das ist deshalb glaube ich nicht, dass das Wissen de facto weitergegeben wurde. Es wurde nur angefixt. Für diejenigen, die sich damit nicht auskennen. Wenn sie aber eine Ausbildung haben als Fechtmeister, können sie die Bücher natürlich lesen. Das ist der Unterschied, den ich versucht habe darzustellen. Und das ist bei diesen technischen Manuskripten meines Erachtens genauso. Und dann kommen halt noch diese utopischen Darstellungen von Tauchern. Also es wird jetzt nicht getaucht worden sein, zumindest nicht in voller Rüstung, wie manchmal abgebildet. Unten ist man gleich, aber ob man wieder hochkommt, ist die andere Frage. Aber dieses Wissen wird immer weiter und weiter da reingeschrieben und da zeigt sich ja auch schon so ein gewisses, das gehört dazu. Ich muss das da reinschreiben und theoretisch ist es möglich, aber praktisch kann es nicht umgesetzt werden. Und das ist ja auch eine Logik, die zum Teil heute auch in so Architekturbüros oder sowas weiterverfolgt wird. Ich habe hier einen Plan für etwas, was ich theoretisch bauen könnte. Ich habe es nur nicht gebaut, aber vielleicht möchten Sie es kaufen. So, ja. Ja, ob wirklich getaucht wurde, wäre meine Abschlussfrage gewesen. Das ist immer zu schön, das müssen wir den Kollegen von der Wasserarchäologie in Lübeck unbedingt weitergeben. So, ich schaue mich noch einmal um, sehe keine Fragen. Sie können sich natürlich auch nochmal direkt an Frau Buch wenden, wenn wir jetzt gleich den Schluss machen und das mache ich dann jetzt auch. Also erstmal vielen Dank dir nochmal für den schönen Vortrag. Ja, danke für die Fragen. Und dann bleibt es mir wie immer zum einen darauf hinzuweisen, wer sich das nochmal vergegenwärtigen möchte mit den Glocken und was man so hat, kann natürlich gerne den YouTube-Channel des Hanse-Museums bemühen, wo Sie inzwischen glaube ich mehrere, also ich weiß gar nicht wie viele Folgen wir inzwischen haben von unserer Reihe, also ich glaube man kann sich länger damit beschäftigen. Dazu lade ich Sie also herzlich ein, das ist der YouTube-Channel des Hanse-Museums. Dann kommen wir zu weiteren Veranstaltungen, wir sind dann am 13. Februar 18 Uhr wieder da, dann auch, nee dann sind wir aber nicht in, dann sind wir in Malmö, jetzt nicht der Stadt, sondern im Raum, im Hanse-Museum. Das ist drüben in dem anderen Gebäude, also nicht hier in dem Neubauteil, sondern in dem, im Burgkloster Teil. Dahin laden wir Sie dann ein, da geht es dann mit Frau Tanja Skamrax, inzwischen nicht mehr Mannheim, sondern Graz, ja, um das Geld des kleinen Mannes, Mikrokredite, Armenfürsorge und Sozialpolitik im späten Mittelalter. Das wird also auch wieder spannend, wenn Sie es nicht hierher schaffen, auch dieser Vortrag wird dann online übertragen, beziehungsweise ist es dann auch im Nachgang abrufbar. Dann im März, das kann ich ja trotzdem schon mal sagen, wer sich schon mal ein bisschen planerisch auf das Jahr einlassen möchte. 18 Uhr am 12. März mit Prof. Dr. Franziska Neumann. One man's trash is another man's treasure. Abfallökonomie in der frühen Neuzeit. Also auch das, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema. Was passiert eigentlich mit dem Abfall? Den hatten Sie ja nun mal in der Vergangenheit auch. Und dann noch vielleicht ein kleiner, schon mal so Preview auf den April. Da haben wir dann keine Vorträge mehr, erst wieder im Oktober dann, aber wir haben zusammen mit dem Archiv einen kleinen Citizen Science Tag. Das wird im Programm des Hanse-Museums auch angekündigt, wo Sie mit uns zusammen Hansequellen transkribieren können. Also wer gerne mal sich daran versuchen möchte, keine Vorkenntnisse erforderlich, nur gute Laune und ein Laptop. Das mit dem Laptop könnten wir wahrscheinlich auch noch anders lösen, aber die gute Laune würde ich Sie bitten mitzubringen. Und dazu lade ich Sie natürlich auch dann ganz herzlich ein. Das wird auch im Archiv selbst stattfinden. Gut, das wäre alles von mir. Ihnen einen schönen Abend und dann gehe ich einfach mal davon aus, dass wir uns am 13. Februar wiedersehen. Schönen Abend. Applaus 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 Applaus